Yep Region Restriction Was für ein Plugin ist das? Mit diesem Plugin kann man bestimmen, welche Stelle der Held oder das Event überqueren darf. Gesteuert wird das alles über die Regio-IDs. Mit Player Restriction könnt ihr bestimmen, an welcher Stelle der Held nicht laufen darf und der Weg blockiert ist. Mit Event Restriction bestimmt ihr das gleiche, nur für die Events. Wenn ihr einen freilaufenden NPC habt, könnt ihr seine Bewegungsfreiheit hiermit einschränken. Der Player hingegen kann das Feld ohne Probleme überqueren. All Restriction gilt für Held und für das Event gleichzeitig. Dieses Plugin eignet sich zum Beispiel gut, wenn ihr Parallax-Mapping benutzt. Mit den Regionen könnt ihr einfach bestimmen, welche Felder passierbar sind und welche nicht. Das war es heute mit diesem kleinen Plugin. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt über den RPG Maker, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und mich unterstützen. Oder lasst einen Kommentar unter dieses Video, wenn euch dieses Plugin gefallen hat. Bis dahin, Tschüssikowski!